So. Das klingt alles so final, ne? Aber ich glaube halt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mal Egeel fertig machen, dass es vielleicht sogar schon das Ende ist, weil wir haben ja noch Sansa. Der noch der finale Boss werden könnte. Aber wenn jetzt Sansa in Schulk schlummert, könnte das Problem sich auf einmal in einem Kampf sozusagen lösen. Ich muss auch mal schauen, ob wir vielleicht irgendwann wieder Destiny spielen. Da muss ich nämlich auch noch was machen, bevor ich... Da ist jetzt schon die dritte Season. Na, was heißt die dritte Season? Es müsste dann die 18. Season sein oder die 17. Auf jeden Fall die dritte Season aus dem aktuellen Season Pass. Ich habe noch nicht mal das aus der ersten Season gemacht. Ah, vielleicht hole ich mir dann doch den... Ah, der Season Pass kostet, glaube ich, 40, ne? Oh. Das ist einfach so, wie ich dachte. Der Monado fühlt sich so, wie es vorhin die Apocrypha macht. Nein. Es fühlt sich noch mehr kraftvoll. Der Monado Bionis und dieser Monado... Sie müssen sich verbunden, irgendwie. Weil du nicht hier bist. Nicht mehr. Warum bin ich das Traum? Warum jetzt? Without die Macht, ich kann nicht zuhören Egil. Ich muss mich konzentrieren. All ich muss denken, ist, wie zuhören die Mechonis. Wenn Monado das Ende bringt, dann weiß ich, was zu tun. Fiora? Schulk? What were you thinking about? Uh, nothing. So... It's like that, is it? Really, it's nothing. Listen, Schulk. If it's too hard for you to handle on your own, talk to me. Huh? Fiora? You can tell any of the others as well. We're all here for you. Don't forget that. You're right. You're here for me. Of course. And... Don't overdo it, okay? We all saw what happened. Is your arm okay? Yeah. It's not bad. I'll live. Oi! You two! Is something up? No, it's nothing. Come on! Mm-hmm. You're right. You're right. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. verschossen. Aber gegen Fiora hat sie keine Chance. Sie kennen sich schon ewig. Man kann sie knicken. Diese Maschine? Ist das? Ja, der Apocrypher-Generator. Warum siehst du mich? Okay. Venea, wir müssen Egil finden. Der Kontrolle ist direkt nach vorne. Es ist nicht weit. Was? Es geht! Nein! Wir sind zu früh. Das bedeutet? Die Funktionen Mechonis haben sie gestorben. Nein, es kann nicht sein. Ja. Sie sind zu früh. Fall zurück! Alle, fall zurück! Er hat es geschafft. Huh? Die Mechonis haben sie gestorben. Nicht gut. Ich glaube, er hat sich geflogen auf Bionis geflogen. Nein, nein. Geh raus! Nicht vergessen, wir haben noch ein Job zu machen. Genau! Was? Um... Ja... Ich weiß nicht. Nein... Oh! Sie hat das innen? Ja... Dankeschön! Nein! Ich werde das nicht machen. Nein! Ich werde das nicht machen. Nein! Sie hat es Penthouse nicht gemacht. Nein! Sie hat das drin. �iine. Sie hat das drin. Nein! 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 Und noch einmal, als so schön war. Und noch einmal, als so schön war. Oh so, easy Kampf. Die Kämpfe werden immer leichter. Rums krabbums. Wow. Um. Um. What's happened to the Monado? It must have changed just as the generator was destroyed. It's amazing. Now we're talking. Next up, Egil. Can you go on? Me? I'm alright. Come on, we have to stop Egil. Um. Back on track. Just like I said. The kid will come through. Naturally. Everything is falling into place. Heh. You can say that again. But only as long as we remain within the margins of fate. I know not how things will proceed from this point. Uhmmm. Irgendwie hab ich grad so'n ungutes Gefühl. Neue Technik erlernen. Schulk, Cyclone. Dann will ich mir das mal anschauen. Technik. Schulk, Cyclone, Cyclone, die Kraft des Monats. Cyclone wird bestimmt eine richtig heftige Attacke sein. So, Egil. Egil. So, ihr Worms sind endlich gekommen. Egil! Stopp die Mechonis! Da muss ich ein Weg für uns leben in Frieden leben. Es gibt keinen Grund für uns zu kämpfen. Du musst das jetzt stoppen! Meine Grunde sind sicherer und wahrer als deine. Was ist das? Schau, es ist Bionis. Ich bin der Mechonis. 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 Wie viele? Wie viele, die in dem Angriff, in der Möchonis? 100? Vielleicht 1,000? Egil! Du wirst das verletzt. Brother! Stopp das! Du zerstörst die Mechonis. Lass uns ein Ende zu unserem Torvent. Ein Ende, wenn ich sage, es endet. Ich will die Mechonis. Wir müssen ihn aufhalten. Ich will die Mechonis. Du musst das wissen. Das ist nicht Lady Mechonis' Wunsch. Das ist, warum sie uns ihr Legate left. Unsere ganze Welt. Pure Nassau. Das Ding, das in der Homs-Gerl, ist nicht mehr unser Gott. Der Gott. Dieser Welt. Dieser Welt. No longer has a need... ...for Gott! Egil! Stopp das! Okay, diesmal wechsle ich wieder. Was hat denn sie eigentlich für Techniken? Sie hat ... Sie kann Schwanken bringen und Ohnmächtig. Macht Ungewöhr Woffen Ohnmächtig. ... ... ... Er hat halt als einziges so grüne Attacken. Ich würde es halt wirklich reintun, aber dann funktionieren meine Kombos nicht mehr. Und die hat keine Heilung, also ... Ja, muss ich das Team nehmen? Ist egal. Ein vierter Charakter in der Gruppe wäre noch cool. Na gut, dann müssen wir halt ... Ich glaube, den kann man gar nicht umwerfen mehr. So, wusste ich doch. Verdammt, dann hätte ich sie ja doch reintun können. Wir sind alle mit dem Battlebeam! Dance mit mir! Wir können das! Unleashen all I've got! Feuer! 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 Annoying! Feuer! 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 Jagd outrageous Ich sollte das lieber zum... Wenn es ein Unrevolved bei euch ist... Die Bionis... Keine Energiegeräte... Die Bionis... 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 Wir müssen jetzt die Kleinen hier erstmal erledigen, bevor wir hier irgendwas machen... Die Bionis... ihr ernst? Sie ist unsere Heilerin. 3, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 Oh man! Ich kann mich nicht bewegen! So eine Scheiße! Oh Oh Nice Incredible Shulk Don't do it How could this happen? Do it Kill him Kill him That voice Who is that? Strike him down I will I'll kill him A thousand times Yes Finish him End it It is what you want Yes I want to I'll kill him I'll kill him For Fiora For the Emperor For my home You must find your Monago Are you ready? Are you feeling hungry, eh? Chew on this, scrap for brain Killer Homs To beat us I want you to kill Once wished only to break The circle of suffering Until I've scrapped Until I've scrapped Each and every one of you Maynath The villagers Everyone loved you Every person Yes That is why they wish to live alongside you End it The weight is what you want To Maynath To Maynath And to me No This isn't what I want Shulk No Brother No Why didn't you do it? Killing me would have saved your world I've forgotten all about that Forgotten about it I realized That we both share the same pain Egil I don't have any Reason to kill you Even if you do not I still do I know But I won't do it If you do not kill me now My blade will annihilate every last one of your people Even then I can't kill you But I can stop your blade And I'll do it Over and over again Until We understand each other Okay? You have used the Monado well But do you honestly believe you are its master? Mechonis and Bionis once lived in harmony They co-existed in peace Without hatred or strife Egil Egil Why do you think we were born? Ah, philosophy Alas I'm not very good at answering such questions Have you never thought about it? Never contemplated what lies beyond this world? Beyond this world? Lady Mayneth once said That aside from the Bionis and the Mechonis This world is filled with nothing but boundless ocean But what lies beyond that? We are still young And unable to leave the Bionis Or the Mechonis Say goodbye to our creators, our world But one day our descendants will They will leave this place and depart for new worlds Worlds we have never imagined By strength of their will alone Leave this place? That is something I have never considered However, it would be a truly amazing sight Egil I wish to see That the people of Bionis and the people of Mechonis Live in peace and harmony And take care of one another I wish this for the future of our descendants Yes I too desire this Uglas Everybody shared the belief that the prosperity of our two worlds Would continue for all eternity It would have done Were it not for the Monado The Monado refused to permit the existence of the Mechonis Or rather The existence of anything but itself And one day It took control of my friend, Arglas And he became Zanza It was Arglas possessed by Zanza Who directed his sword at Mechonis I don't understand Does being controlled by the Monado mean you will eventually become Zanza? The Monado is Zanza Zanza is the Monado The two are one and the same In order to perpetuate the existence of his soul Zanza inhabits beings of Bionis But You appear to be different What do you mean? I can see it How well you retained a sense of self Perhaps you Can break the curse of Zanza And was that not precisely our wish? Lady Mayneth I don't know much about any curse For now All I can do is this, Agil We can Live in peace again Again? I see Yes, you're right We can move on We can move on Ô Elsa eternal It's been so obvious There's something there about nothing after that relates Dixon Right? Dixon? Dixon? Ja. Was ist mit dem falsch?